Hi, ich bin Salome und ich bin im Abschlussjahr in der Film-Acting-School Cologne. Und wie die meisten Kinder war mir, als ich klein war, nicht so ganz bewusst, dass Filme nicht so richtig real sind. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich irgendwann so im Kindergartenalter einen amerikanischen Film geschaut habe, natürlich mit der Synchronfassung, weil ich konnte kein Englisch. Und dann hat dieses kleine Mädchen plötzlich angefangen zu singen, auf Englisch, mit ihrer echten Stimme. Und das hat klein Salome unheimlich verwirrt, weil sie das überhaupt nicht verstehen konnte, warum das Mädchen jetzt eine andere Stimme hat. Und das war dann der Tag, an dem meine Eltern mir erklären mussten, was das Konzept Schauspiel und Synchronsprechen ist.